Stärische Harmonika Musizieren ist Wellness für die Seele und macht zudem richtig Spaß. Ich habe mir das verpflegt gleich einmal wieder, deswegen habe ich mir anfangs für zwei Monate Zugang ausgeliefert. Ich habe mir das verpflegt noch eh wieder und derweil ist das aber mehr geworden. Habe ich im Fernsehen dieses Stärische Harmonika gesehen und habe mir gedacht, das mit Knöpfen muss ich mal probieren. Selbst wenn einer noch nie mit Musik etwas zu tun gehabt hat und gerade das hat mich immer wieder fasziniert, konnte er schon mit wenigen einfachen Griffen bereits nach kurzer Zeit einige Lieder spielen. Jeder kann mit dieser einfachen Lernmethode auch ohne Vorkenntnisse das Spielen auf der Stärischen Harmonika erlernen. Es ist nicht erforderlich Noten lesen zu können. Das mit der Griffschrift ist natürlich ein Ziel, weil man tut sich viel leichter auch als alter Mensch. Man merkt also den Fortschritt und es geht halt was weiter. Ich habe mit 39 angefangen zu lernen und habe mir gedacht, damit ich zu meinen 40ern schon etwas spielen kann. Aber so schnell habe ich gar nicht 40 werden können, weil ich da schon einiges gelernt habe und es ist also überraschend schnell gegangen. Unter dem Motto, einfach probieren ohne viel zu investieren, kannst du bei uns auch eine Harmonika mieten. So wird der erste Schritt zum aktiven Musizieren denkbar einfach. Wie du siehst, geht es eigentlich nur noch ums Anfangen. Das Wichtigste überhaupt ist die Freude und Begeisterung am Musizieren. Jeder kann es lernen. Erfüll dir deinen Jugendtraum und spiel steirische Harmonika.